Sie werden angegriffen. 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 Oh, come on. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Mit den Lagern lief es gut. Und jetzt zum Metallring. Seine hohen Welle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf, wenn wir entdeckt werden unter Beschuss. Ich hab eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schick mich alleine vor, dann nutze ich sie aus. Wenn ich es schaffe, reiß ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme. Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Jawohl. Du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Geht jetzt. Wir warten auf euer Signal. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Du hast einen Plan, oder? Du bist mir doch sogar in die Ruin gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Ja doch. Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Geduld, Val. Du wirst es gleich sehen. Geht jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Nimm meine Hand! Nimm du den da rechts! Wir haben die Maschinen zurück! Wer schießt auf mich? Stirb, Abtrünniger! Der Schatten wird dich finden, wohin du auch gehst! Du kannst unserem Griff nicht entkommen! Du kannst mir die Maschinen zurückgehen! Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Ziemlich faszinierend. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Val. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Das schlägt noch zuerst einen Bücher. Ich mache das zu. Ich kann das nicht aus. Genau. Ich weiß, dass es ein Max. Das ist ein Max. Ich kann das ansehen. Ich kann das ansehen. Ich kann das ansehen. Ich kann das ansehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich wurde entdeckt. Ich muss schnell zu der Lohe. Ich muss die Lohe hinziehen, wir uns war schnell. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Ich muss die Lohe hinziehen. Ich wurde entdeckt. Ich muss schnell zu der Lohe. Ich muss die Lohe entzünden und zwar schnell. Von hier aus müsste ich die Lohe treffen können. Ich muss die Lohe hinbekommen. Ich muss die Lohe hinbekommen. Ah! Das ist ein Schuss. Oh, oh, oh! Ah! Oh, 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 oh. Ah! All right! Oh! Urmutter, siehe unseren Triumph! Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen. Es ist vorbei. Die werden niemanden mehr umbringen können. Die Mörder, die Verderbnis. Ich muss wissen, was bei all dem dahinter steckt. Ich folge immer ihrer Spur. Da, die in den Augen, an der Abenteuer die Gefallenen steckt. Ich fühle mich dann auf den Gefallenen. Ich neigere mich, was bei all dem Gefallenen steckt. Das ist das Sitz, was ich hab, in der Gefallenen steckt. Ich schließe, dass die Gefallenen steckt. Ich schließe, dass du mit dem Gefallenen steckt. Ich schließe, die Gefallenen steckt. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Das kann ich nicht. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.